Hi, willkommen in der Soundkabine des Guitarschark. Heute unser erstes Bassvideo. Ganz herzlichen Dank an Jens Kreff, der das für uns übernimmt. Der Bass ist ein Squire Classic Vibe. Sehr günstige, sehr gut gearbeitete, sehr gut klingende, besser aus dem Hause Fender. Dazu der Fender Bronco 40, Modeling-Kombo, viele gute Sounds, On-Board-Effekte, Kompressor, sehr schöner Übungs-Amp, Einsteiger-Amp oder ein Amp für Anwendungen, wo man On-Stage nicht allzu laut sein darf. Hat einen Line-Out für Indy-PA, das heißt, das Haus kann man rocken damit. Und ich denke, am besten, wir legen einfach los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt, äh, jetzt machen wir mal der, der Ende, oder was? Hm? Endlich. Los geht's. Ja. Los geht's. Ja. Untertitelung. BR 2018 . . . . . . . . .